Ja und dieser kleine Mann hier ist stellvertretend für ganz viele kleine Zwergkaninchen, die im Moment gerade im Dresdner Tierheim auf eine neue Familie warten. Die sind etwa drei Monate alt. Es gibt Jungs, es gibt Mädchen, es gibt ganz viele verschiedene Farben und die suchen ein neues Zuhause, eine Familie. Die werden nur zu zweit abgegeben oder zu einem bestehenden Häschen dazu, weil die dürfen nicht alleine sein. Und die sind ganz putzige, flauschige Gesellen. Also Hasenalarm im Dresdner Tierheim.